Ähm, aber jetzt sind... Aber jetzt? Giraffe, Painster und MacGyver drüben. Ja. Die sind noch voll tight, oder? Vielleicht hat Painster schon einen im Täter und fällt da komplett weg. Wunderbar, ich hab nichts gesagt. Ist das der mit den 3,5 Kramille? Kramille? Ich durfte mir jetzt schon was anhören, ne? Irgendjemand hat sich vorne einen Tee gemacht. Der durfte sich was anhören? Ich. Andi hat gefragt, warum ich dich zum Spielen einlade und ihn nicht. Ja, ich hab ihn dafür auch schon ausgelacht. Mit meiner Luft gesagt, irgendwie hab ich's vergessen. Ich hab ihn nicht ausgedacht, was ich mitspielen darf. Ich hab ihn ausgedacht, was er machen kann. So, Papel, einfach alles machen, was Till sagt. Dann wird's gut. Ufff, Pain. Aber es scheitert schon daran, dass... Darf'n die schon los? Ich glaub schon, ja. Nein, ich hoffe nicht, weil ich bin da nicht ready. Die sind schon unterwegs. Die sind schon unterwegs. Dann sollen die nochmal zurückgehen, bitte. Soll' sie grad noch mal zurücklaufen? Fuck. Wir greifen weiter vorne an, kommt mal hier zu dem ersten Abschnitt, bitte. Wo ist dieses hier? Hier, wo der Boomer steht. Also zu nem Dickenkind? Genau. Komm ich denn hier wieder runter? Ich... Ich müsste mir jetzt so verknarzen. Wo bist du? Man kann auch auf dieses andere Haus da drüben, gegenüber von mir. Also ich bin hier vorne an der Kante und hüpfe. Und da drüben kann man auch rauf. Aber nur hinten an den Zaun ran. Okay. Ja, da Loli kann da auch stehen, das ist auch gut. Ähm, du kommst am besten, ähm, gehör dir zu uns rüber, weil da kannst du schlecht spawnen, weil die dich dann gleich sehen. Okay, ich nehm den Spaß wieder auf, ne? Wär soweit. Okay, die laufen los. Waddi, guck hin! Was wartest du? Da liegt doch einer. Ja! Ah! Ein bisschen daneben. Minimal. Ich dachte, ich lass die doch ein Stückchen kommen. Aber da lag doch einer. Das hab ich nicht mitgekriegt. Das ist ein Wunder, dass ne Guyver das gerade überlebt hat. Okay, danke. Ja, mit das Gütterspuckel wärs eng geworden. Immer diese Vorwürfe. Denkt schon sich an in den ersten drei Sekunden. Alles gut. Loli ist schuld. Spitter. Oh. Gut, dann warten wir. Was? Ich bin ja dafür, dass wir noch immer von vorne anfangen. Nein! Bloß nicht! Das lief grad so gut. Aber ich dachte mir schon, da stimmt doch irgendwas nicht, weil das so lange gedauert hat, bis der Hunter da tot war. Ja. Oh, komm ich da wieder hoch? Komm mal hinter die Gasse. Ähm. Hinter die Gasse? Achso, ich hab nen Snoker. Ich hätte jetzt gedacht, wenn da einer hinten steht, dann muss ich den noch abgehen sein. Ja, das vielleicht auch. Du kannst da oben stehen bleiben, Parkloch. Okay. Die laufen dann da unter diesem Schild durch und dann sind sie direkt unter dir. Du musst aber runterhüpfen, also runterhüpfen, weil du kannst nicht so tief kotzen. Ah, okay. Dann lass ich mich quasi töten, ja. Genau, du hüpfst runter, versuchst da zu kotzen und dann... Ansonsten lässt du dich halt erschießen. Du kannst hier oben dich genau gut verstecken. Ich suche auf jemanden draufzupfen. Also, der ist wieder da, ne? Die laufen gerade? Okay, los geht's. Die laufen. Oh Gott. Möglichkeit, immer auf den Boomer warten. Du hast die erwischt? Ich wandern sie gleich durch. Ah, daneben geht's. Wieso hänge ich den noch fest? Ja, schade. Sehr gut, den nennt man ein Greifling. Aber wo sind denn die ganzen Zombies? Ich hab irgendwie das Gefühl, dass nur wir hier sind. Ah, da sind sie. So. Boomer warten, bis wir mehrere sind. Und dann laufen die da. Guck mal, da kannst du jetzt hoch. Noch ein Stück vorwärts. Noch ein Stück vor. Nee, zurück, zurück, zurück. Andere Richtung. Da. Und noch ein Stück. Und um die Ecke, da kannst du jetzt hoch. Und von da kannst du dann runter. Alles klar. Sagst du mir, wenn ich los darf? Ja, mach ruhig. Mach, mach, mach. Ach, scheiße. Das war nicht so schlau. Na ja. Wird der Jockey eigentlich aus dem Produkten springen oder einfach so springen? Nee, kannst du mal. Ah, okay. Das war nix. Die sind gleich durch. Da vorne ist jetzt recht durch ein Auto, dass sie nichts anschließen dürfen. Nach Möglichkeit sich dahinter verstecken, wenn sie schon die weit sind. Ich schieße nur drauf. Smoker-frofrofrof. Hinter dem Auto. Spawn, wenn du noch kannst. Hier? Ja, zu spät. Dann schau'n' durch. Geht nicht mehr. Alle durch. Hier kann ich. Ach, scheiße. Dann schau'n' durch. Hm. Fuck. Hm. Hm. Das macht mir ein bisschen Angst, wenn ich überlege, wie lange wir gestern gebraucht haben, um diesen Weg zu penseln. Stimmt. Weló? Ja. Kommt gut. Fl revel Sie müssen. Endung. Die Quart. Die ôlane Bomberanteste. Vielen Dank.